Hallo am Freitagmorgen. Ich war gerade an der Tankstelle, habe gerade getankt. Heute gibt es zwei Dicke, mit mir sogar drei. Erst runter nach Wiesbaden, eine KMC-Laden, der geht nach Maxau, in die große Papierfabrik, 8 Achsen, das passt alles in Gott. Wenn ich ein Gangrät mache, fährt er auch los. Heute Bremse macht er selbst auf. Wunderbar, das klappt wieder heute Morgen. Dann fahren wir wieder zurück nach Flörsheim, den 946 Laden. Der geht rüber nach Mainz ins Kraftwerk. Wir sind mit zwei, stellungweise sogar mit drei Fahrzeugen unterwegs. Der KMC hat ein bisschen mehr Werkzeug dabei wie sonst. Ein Teil, das er jetzt wahrscheinlich nicht braucht, wird gleich nach Hause gefahren. Schauen wir mal. Das Video, das eigentlich um Mittwoch rauskommen sollte, die Folge 196. Ich hatte es auch schon ein paar Mal geschrieben, weil ich meine, wenn ich das hier ausstrahle, wird es mittlerweile jeder wissen. Das Video war hochgeladen und dann stand da, die Verarbeitung startet oder die Verarbeitung beginnt, keine Ahnung. Es ist dunkel, ne? Was ist da? Da sieht es blau aus. Jetzt habe ich die Fahrt verloren. Stand da, das Video, Verarbeitung startet, dann wird das, was du hochladest, wird dann verarbeitet in HD. Quasi, warum das nochmal gemacht werden muss, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich habe das nicht mitbekommen, stand da wohl mehrere Tage lang, Verarbeitung startet gleich. Verarbeitung startet gleich. Also, ja, als ich dann am Mittwochabend dachte, bekommst, 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 bekommst gar keine Nachrichten und, und, und. Ja, nee, Quatsch, sorry. Das war um Mittwoch, Mittwochnachmittag, Mittwochnachmittag, nach dem, oder, oder, ja, doch, nach dem 69 fahren. Und da habe ich mir dann gedacht, guckst, guckst nochmal rein, ob das auch alles, alles passt, weil, ja, ist ein Stück, ist ein Stück Musik dabei, ob, ob du nicht wieder irgendwelche Urheberrechtsverletzungen hast oder, oder so ein Kram kommt ja öfter vor, leider. Und da habe ich gesehen, dass das Video noch gar nicht verarbeitet wurde. Dann habe ich dann irgendwie versucht, das so zu lösen, das ging halt alles nicht. Und, ja, dann habe ich den ganzen Kram nochmal gelöscht, nochmal hoch, nochmal hochgeladen, dann ist zwischendrin bei etwa knapp und 50 Prozent, knapp drunter, ist meine Internetverbindung abgeschmiert. Und, ja, ich habe da massive Probleme damit und ich weiß nicht, warum. Auf jeden Fall nochmal alles löschen, nochmal alles, nochmal alles hochladen. Deshalb kam das dann erst Donnerstagsabends, irgendwann gegen 10 oder so, war dann erst das Video online. Katastrophe. Und, wie gesagt, ich habe keinen Plan, warum das Video vom Samstag, also quasi dann die Folge 197, ist schon hochgeladen, schon alles fertig. Ja, die wird ganz normal, ich war erschrocken, was schreibe mich, die wird ganz, ganz normal um Samstagabend laufen. Na ja, egal, das ist, das ist, wie es ist, ändern kann ich jetzt, kann ich jetzt eh nicht mehr. So, wir machen wieder ins Beste draus, oder? Wollen wir mal, was der Tag heute noch so, noch so bringt. Das war, gestern war ich ja nicht hier, gestern war ich in Plattling, in Bayern und habe ein Fahrzeug geholt. Und heute geht es halt wieder weiter mit LKW fahren. So, jetzt kommen wir mal. So, jetzt baden, Baustelle. Mal gucken, wobei die Kollegen sind. Ich fahr da unten raus, ich fahr da unten raus, kommt von hinten her. Ich komm von hinten, muss ich kein freundliches Gesicht machen. Moment. So, Kollege, wenn du einen Kaufinteressenten für meinen Pkw hast. So, ich fahr da unten raus. Wo mal gehen? Mit der Silo. No, da fährt dann nur hin und durch, ne? Der Silo. So. 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 Das war's. Bis zum nächsten Mal. 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 Ich darf nicht. Nicht filmen. Bis zum nächsten Mal. 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 GmbH im Auftrag des WDR